Warum hängen Sie sich eigentlich so eine Puppe ins Auto? Ja, das gefällt mir gut. Ja, aber die ist doch groß und hässlich. Ja, aber irgendwie erinnert es mich immer an wen, nicht? An wen? An meine Schwiegermutter. Na, und die haben es so gern, die wollen sie immer bei sich haben. Nein, aber ich finde, wenn ich fahre und ich bleibe oft gachstehe, so fahrt sie mit einer in die Scheibe und da gefreire ich mich direkt.